Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Evil West. Es geht weiter. Gallico. Emilia und Virchel in Gallico, 1884. Mr. Rentier, Mr. Harrow wants to see you as soon as you're done in the workshop. Oh, da geht's dann, glaube ich, weiter. Jesus, what a fucking dump. Did you see the size of that cockroach? Should have taken this meeting in the airship. Oh, das sind unsere Boffen. Du wirst mir erzählen, dass sie nichts rumliegen dort. Oh, sorry about your father, sir. Uh, name's Hall. I'm a quartermaster. It's hard to see your father like this. You need to go way back. War time. You ain't greater than I saved my ass from a Wisconsin bench. Yeah, I'm gonna make sure to repay that debt. Mr. Harrow is waiting for you in the briefing room, sir. Yeah, yeah, I've heard that already. Möchtest du alle Waffenverbesserungen und Vorteile zurücksetzen? Nein. Willst du halt eigentlich nur anschauen, was da noch so ist. Ah, Virchels Lebenslauf. Virchel Olney, Techniker, 1873 geboren, Abschluss der AI-Wissenschaftsausbildung, 1888. Seit 1888 ordentliches Mitglied des AI. Virchel Olney wurde als Kind im Versteck eines chinesischen Totenbeschwörers gefunden. Er war anscheinend für ein mysteriöses Ritual benutzt worden. Sein Leben hing am seidenen Fahrten. Man brachte ihn nach Caligo, um herauszufinden, was ihm angetan wurde. Es dauerte einige Zeit, bis er sich erholt hatte. Aber der junge Mann zeigte sich blitzgescheit. Er hatte ein gutes Händchen für Wissenschaft und Technologie und schloss seine Ausbildung als Klassenbester ab. Alles klar. Der Junge war ja schon nicht. Aber ich habe deine Verdammt Gilded Inventation. Ich erwartet Champagne und Kanapes. Insofern, ein fang-fuck hat sich in deine Hälfte und hat dich alle rund um, wie ein Gagel-A-Wimpering-Sissies. Jetzt, das ganze Land bleibt unprotected, während ich hier, mit meinem Dick in meine Hand, wie ein Idiot. Also, kann man jemand sagen, wie das passiert? Die Sicherheitsversorgung wurden zurückgedritten um zu schützen unseren wichtigsten Asset. Und wie war das nicht ich? Das war mein Vater. Und es war Agent Gravener's quick-thinking hat seine Leben, Herr. Für all das fucking gut es wird, wenn ich die Kapitel dass seine Hauptverlässigung gegen all kinds of Monster einfach collapsed. Wir machen es, Herr. Was, hier? Das Ort ist eine schütze auf der Seite von fucking woher. Und nicht schuldig von unseren Humboldträppern, Herr Herrow. Die Kallikow-Cell hat die größte Überwachung im Institut und seine sehr beste Ingenieure. Wir sind die einzige Worte, um das zu schützen. Dann erwartet, auf diese schütze, auf meine Tasche. Erstmal, Doktor. Und wer hier ist? Ja, ein paar Wochen, ein Monat, Topps. Wir haben keine Zeit. Wir müssen bereit sein, um diesen Charakter Felicity zu finden, wenn wir ihn finden. Wenn wir ihn finden, wir haben keine Ahnung, woher zu schauen. Nicht wirklich. Hmm. Hmm. Kör. Kör. Gerüchte um eine unbekannte Vampirart soll hier sein. Das hört sich ja erstmal nicht so gut an. doch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das mit Skinwalker oder was? Was ist das? 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 Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Das Ding ist, die heilen sie sogar! Wenn man die nicht direkt weiter angreifen tut, heilen die sich zwischendurch! Das ist nicht so geil! Was ist das? Ohohoh, let's check this beauty out! Die ist fit! Bombengeschäft! Alle explodierende TNT-Kisten verursachen Schaden in einem 50% größeren Radius funktioniert auch in Kombination mit dem Grachmacher Vorteil! Okay! Grachmacher! Kommt anscheinend noch! Oh, wir haben doch wieder ein bisschen Kohle! Vielleicht können wir hier ein bisschen was verbessern wieder! Die Verwendung von Schocker heranziehen oder Schocker sprungen überlebt den Kampfhandschuh und erhöht den Schaden des nächsten Schlags drastisch! Uh, ja! Das hört sich sehr gut an! Oh! 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 Ja! Um, um, ein bisschen größer! Oh, ja! Oh! Oh, ja! Wirklich! ונ Das war schrecklich! Verstehend, großartig. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich hoffe, dass ich ein paar Träße von Bluen finde. Geh die Räume bereit! Geh in den Platz, assholes! Wait für mein Signal! Ready! Krabble! Oh. Suche Wichser. Finders keepers. This canyon is protected like some kind of vault. What are they hiding here? That's mine. Gosh. Too far to jump. 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 Und im Moment wo ich ihn anziehen wollte ist er gesprungen. Todesurteil gewesen. Ja, jetzt hab ich Jöbbel nur sehen. Frich heut. Schmitz. 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 Oh, hot killing time! Goddammit, that hurts! Christ, that was tough. Starting to lose hope, I'll find Bloom in one piece. Jesse, two, three years of zero. Research continues. But nothing I've seen explains the unusual capabilities of this curious animal judging by the diameter of the tunnels it creates. I estimate it stands at least eight feet tall and is quite powerful. Du Scheiße. 2,50 Meter groß. 2,50 Meter groß. 3,50 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 Meter groß. 4,50 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 Meter groß. Okay, two monster wings pull off. Oh, man. Warum spawne ich nicht direkt beim Fight? Warum muss ich da wieder hinlaufen? Total blöd. Okay, das hat er. Oh, sweet Jesus! Oh, sweet Jesus! Wie zur Hölle hat er mich jetzt getroffen? Hell yeah! Hell yeah! Gott! 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 Das ist cool. Ich finde die Flügel-Kreaturen größer. Sie sehen in großartig, schützen die neu-transformen Sangrasusas, wie Hornets schützend ihre Hive. Es ist nicht klar, ob das das ihre Grunde ist. Vielleicht auch sie sammeln und funktionieren als Scouts. Maulwurf-Vampire auch noch. Jetzt geht's los. Ich glaube, da geht's weiter. Dann gehen wir erstmal hier hin. Oh, ein Gewehrskin. Kann ich das wechseln? Oh, ja doch, das sieht cool aus. Gibt auch hier ein paar Skins, wo wir freischalten. Also, das Spiel muss schon eine Weile gehen, wenn man so viel freischalten kann. Das war fast auf der anderen Seite, ja. Das hört sich doch noch ein Boss heute an. Oh, ja. Definitiv. Ach du Scheiße. Das ist ein Schluck. Was für ein Stichs. Ach du mich. 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 Ich hab schon wieder diese Viecher Das war's. 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 Das war's.